So, der nächste Schwung Patentiere. Hier ist Rosinchen. Da haben wir Kralle. Die Frieda. Frieda ist gerade ein bisschen zickig, weil Frieda will brüten. Die weiß noch nicht, dass sie eigentlich drei Küken hat mit Puffy und Olga. So, dann haben wir Kruppelchen. Ach, und Olga sitzt schon wieder auf dem Nest. Na ja, gut. Hier ist Puffy. Dann haben wir die Mini. Und die Olga, die ist da hinten. Mal sehen, ob ich sie ranholen kann. Na gut, das ist jetzt deren Zeit. Jetzt gehen die ins Bett. Puffy. Der Name ist Programm. Aufgepuffte Puffy. Und die Frieda. Ja. Ne, Olga will nicht raus. Na gut. Das war Bande Nummer zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.